Also Sie sehen, da hinten wartet schon der nächste Formel 1. Das ist ein Gastarbeiter aus Konstanz. Sorry Hilma, der hat böse sein. So. Dann haben wir eine spezielle Gegend. Wollt ihr alles gut noch? Also meine Damen und Herren, die Tütze wegtreten bitte. Damen und Herren, bitte links und rechts weggehen. Landet Sie auf dem Flugloben. Genau. Ihr fahrt dann 48 Mal im Kreisloben und kommt wieder zurück. Fährst du wieder zurück nach oben runter? Okay, wir lassen die Gassen hier und lassen ihn hier ausrollen. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.